Wie schlusset ihr Super Mario Bros. Wander zu dritt im Multiplayer? Und mit dabei ist Nick. Ja moin, moin, was geht? Und Deona. Yo, was geht ab, Leute? Und Leute, das Ding ist, Nick und Deona wissen etwas nicht. Soll ich euch das verraten? Soll ich das verraten? Komm, hau raus. Wer ingame stirbt, ist aus der Aufnahme raus. Nooooooo! Ey, scheiße! Ich hab die Regeln nicht gemacht, ich hab die Regeln nicht gemacht! By the way, das ist mein erstes Mal Mario Wander, deswegen alles ist neu für mich. Ich war auch den Elefanten nicht, Digga, ich bin so gut genug. Ja, sehen wir gleich, ne? Weil ich als erstes rauswiege so, Karma, ich brauch den doch. Oh mein Gott. Erstmal high werden. Das passiert, wie der Jet Zocks, wenn ich abonniere. Digga, Deona? Deona? Ey, ich bin Luigi, ne? Ah, scheiße, Digga, das stimmt. Bam, Digga! Oh mein Gott, auf dieses Level freu ich mich so sehr. Das wird so lange dauern, ne? Machen wir da. Ba, 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 ba. Leute, wir müssen ja nicht die Wunder-Blo mitnehmen. Eine Ewigkeit später. Oh nein. Sorry. Bro, neuer Deona-TV-Song liegt. Ja, normal, ja. Du püsst dich alle, Digga, püsst dich. Boah, ich glaub, ich hätte wieder Ohrbaum haben heute Nacht, ne? Ich hab ja Bock auf Secret Exit, ne? Bro, Toad ist mein Fan, der verfolgt mich überall. Aber das ist schon korrekt. Nichts wie hinterher. Ja, danke Deona, dass du das vorgelesen hast. Danke dir. Ich muss aufpassen mit den Exits. Oh, das war schon fast der Toad. Ich weine gleich. Wundervoll, GTA! Meins, meine Münze. Ja, komm her. Oh, leg es leid, hier mein Queen zurück. Oh, Damage. Guck, Digga, guck, Digga, wie eine Ein- Ja, komm, komm, Lev, bin ich. Wollen wir Abzeichentest skippen? Weil wir sind ja so Profis, wir brauchen das nicht. Ja, tüchtige. Ja, ja, ich bin zwar zum ersten Mal Ronda, aber ich bin Profi. Ronda? Aber doch, wir brauchen doch Abzeichentest, um die Abzeichnung überhaupt erst zu erhalten, oder nicht? Okay, ich finde, wir gehen jetzt das beste Abzeichnis von allen. Na schön. Ja, Bruder, gerade wenn es ums lange Überleben geht, ist die Mütze eigentlich MVP. Ja, hast recht. Ich hab so Schiss vor diesen Level. Voll einfach, Digga, einfach nur laufen. Oh! Da ist der erste Schloss gestorben, ne? Sorry, sorry. Ey, es leckt, es leckt. Juh! Ey, schill doch mal! Schill, schill doch! Easy, hast du schafft. Guck mal, das ist geil. Ah, das... Ja. Oh, Digga, gleich stimm ich als erstes hier. Ja, komm, Deona, kannst doch gerne nach links laufen, ne? Das ist geil. BAM! Wie lange man jetzt hier runterfährt? Okay, let's go. Roll, roll, Rolf. Ey, rollt Rolf? Ich weiß, ich hab Rolf, Rolf. Oder rollt Rolf, ey, Rolf. Das Maul. Mann! Warum muss... Warum muss Deona die Kamera haben? Das ist ganz gefährlich. Hallo? Ja, hallo. Wie geht's, Bro? Ey, Bats! Bats! Junge, will ich hier weiter? Er macht hier seine Show. Deona, Bro. Was war das? Auf dem Bus, oder? Nein! Nein! Ja, Leute, Digga, so schnell kann's gehen, Bro. Eben noch Spaß gehabt, und jetzt... Was soll ich kommentieren jetzt eigentlich? Bro, keine Ahnung, habt ihr schon meine Videos gesehen? Ha! Nein! Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie findet ihr Super Mario Bros. Wander so? Ich würde sagen, scheiß auf die Star Coins, scheiß auf die Wunderblumen. Digga, das war knapp. Nein, es lag, es lag. Bro, Leute, das Ding ist, ich bin eigentlich so... Der Gott in Super Mario Bros. Wander, wisst ihr? Und deswegen hat man mir extra Lags reingemacht, damit ich halt nicht so gut bin. Start the Cap! Nein! Oh mein Gott, das war knapp! Und das nächste Level geschafft, weil ich der... Das Level ist schön, for real. Sehr nice. Wie heißt, gönnt euch. Geil. Okay, Leute, wir haben elf Wundersamen. Das heißt, wir können jetzt hier das Level freischalten. Komm, let's go. Ach stimmt, das Wiggler-Rennen. Okay, das sollte eigentlich free sein, oder? Wenn man ehrlich ist, ist eigentlich Super Mario Bros. Wanda kein schwieriges Spiel, oder? Komm, zieh! Nein! Ich bin zu blöd! Bro, das lag. Warum lag das Top 10 spannendste Rennen... Ich kann kein Deutsch, aber die... Bro, das lag. Hör doch! Luigi! Spannend da, ist Formel 1 gerade, what the fuck! Komm, Luigi, zieh! Du bist so gut. Nee, ist lag, Digga, du bist doch nicht gut. Eier Kopf. Okay, Leute, Kopf an Kopf rennen. Wir brauchen 14 Wundersamen. Das heißt, wir müssen ein Level spielen, dort den Wunderboom-Effekt machen, und das Level durchspielen. Okay. Bro, ich mach ja gerade Pläne, weil wisst ihr, ich muss meine Freunde rechnen, Digga. Nick und Day, oder? Ich mach das völlig. Ah, halt die Maul! Nein! Nein, Digga! Leute, es lag, wirklich. So, Feuerblume. Wirklich, easy-Spiel. Leute, wann kommt eigentlich die Wunderblume? Ich hab die Wunderblume verpasst. Egal, ich spiel einfach noch ein Level. For real, in diesem Level kann man wirklich ganz schnell verkacken, Alter. Das ist gefährlich. Oder es lag, eh? Okay, Leute, guck mal, eigentlich muss man das ja so schieben und so, aber ich bin Pro-Gamer. Guck mal, was ich jetzt mach. uh, die Wunder continent immer schieben. Dann komm durchüchen, so gehen wir Gas. Dann komm, was ich jetzt mal ein? Vielen Dank.